Ich hätte gerne ein schönes, kühles Bier. Flasche oder vom Fass? Vom Fass, bitte. Okay, ein Bier. Macht vier Dollar. Vier Dollar? Okay. Hier, schönen Tag noch. Ebenfalls. So, dann haben wir uns ein Bierchen geholt. Und schlabbern das jetzt mal genüsslich. Ja, und damit würde ich mich dann schon mal von euch verabschieden. Und damit ein Tschüss. Bitte liken, abonnieren. Und was es sonst noch alles gibt, schreibt Wünsche in die Kommentare. Viel Spaß noch.